Die russischen Angriffe auf die Ukraine haben die Weltordnung, wie wir sie kennen, verändert. So heißt es immer wieder. Viele schauen jetzt darauf, wie sich die Supermacht China gegenüber Russland verhält. Denn diese beiden Staaten verbindet eine ganz besondere Beziehung. Eine Beziehung, die der russische Präsident Wladimir Putin in Gesprächen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping immer wieder als beispielhaft bezeichnet. Als Vorzeigemodell für eine Zusammenarbeit von Staaten im 21. Jahrhundert. Aber stimmt das? Und wie haben sich die Beziehungen der Staaten zuvor entwickelt? Kleiner Spoiler, so stabil ist das Verhältnis rückblickend nicht. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass sich Feind und Freundschaft immer wieder abwechseln. Eine kurze Info vorab. Wenn man sich die Beziehung von zwei Staaten oder Völkern anschaut, dann kann man weit in die Geschichte zurückgehen. In diesem Video hier konzentrieren wir uns aber auf die Zeit ab dem Zweiten Weltkrieg. Denn die ist entscheidend, um das heutige Verhältnis zwischen Russland und China besser zu verstehen. Während des Zweiten Weltkriegs haben sowohl China als auch die Sowjetunion im Kampf gegen Adolf Hitler und seine Verbündeten unfassbar viele Opfer zu beklagen. In diesen beiden Staaten sterben mehr Menschen als in allen anderen beteiligten Ländern zusammen. Die Nationalsozialisten planen ihren Feldzug gegen die Sowjetunion klar als Vernichtungskrieg. Es kommt zu grauenhaften Verbrechen, auch gegen die Zivilbevölkerung. China wird vor allem vom japanischen Kaiserreich angegriffen und zu großen Teilen besetzt. Auch die japanische Armee begeht schwere Kriegsverbrechen. Aber 1945, am Ende des Krieges, gehören China und die Sowjetunion zu den Siegermächten. Und diese Erfahrung, die schweißt diese beiden Länder zusammen. Nach dem Sieg gegen Japan flammt in China ein Jahrzehnte andauernder Konflikt wieder auf. Nationalisten und Kommunisten unter Mao Zedong kämpfen um die Vorherrschaft. Mao kann den brutalen chinesischen Bürgerkrieg gewinnen und ruft 1949 die Volksrepublik China aus. Er steht jetzt an der Spitze des viertgrößten Landes der Welt. Mao will China, wie er sagt, modernisieren. Aber seine brutale Diktatur wird die Bevölkerung terrorisieren und Millionen Tote fordern. Nicht viel anders als im kommunistischen Bruderstaat. Auch Stalins totalitäre Herrschaft, um die Sowjetunion nach seinem Wunsch umzubauen, die politischen Säuberungen, die Arbeitslager, besser bekannt als Gulags, fordern Millionen Tote. Als Verfechter des Kommunismus gilt die Sowjetunion zunächst als großer Bruder, auch Chinas. China akzeptiert die Führungsrolle der Sowjetunion in der kommunistischen Welt, findet das okay und sagt, jawohl, das ist unser Bruder. Unzählige Propagandabilder aus dieser Zeit zeigen damals eine innige Freundschaft zwischen den beiden Völkern, vor allem der Diktatoren. Sowjetische Experten modernisieren die chinesische Wirtschaft und im Koreakrieg von 1950 bis 1953 unterstützen Hunderttausende chinesische Freiwillige den kommunistischen Norden gegen die US-Amerikaner, sogar militärisch. Auch sowjetische Piloten fliegen Angriffe gegen US-Jäger. Allerdings inoffiziell, mit koreanischen Hoheitszeichen und in chinesischen Uniformen. Aber hinter der Fassade herrscht Misstrauen zwischen den Führern Mao und Stalin. Denn zunehmend wird klar, dass Mao seinen eigenen Weg geht und sich vom sowjetischen Vorbild abwendet. Der sowjetische Diktator Stalin nennt Mao privat einen Höhlenmenschen-Marxisten und attestiert ihm eine Politik asiatischer Schlauheit aus Schmeichelei, Betrug, Treulosigkeit und grausamer Rache. Mao dagegen ist überzeugt, die Russen hätten nie an den Erfolg der Chinesen geglaubt und dass die chinesische Revolution gegen den Willen Stadins gesiegt habe. Nach Stadins Tod 1953 verschlechtern sich die Beziehungen zunehmend. Der neue sowjetische Führer Nikita Khrushchev distanziert sich öffentlich vom Stadinismus und setzt auf Reformen. Für Mao ist Khrushchev ein glatzköpfiger Dummkopf, der sich dem Westen anbiedert. Nach einer Rede, in der Khrushchev Salins Verbrechen anprangert, sagt Mao, es gibt wohlriechende und stinkende Fürze. Man sollte nicht meinen, dass alle sowjetischen Fürze Wohlgeruch seien. Wenn jetzt andere sagen, bei denen stinke etwas, schließen wir uns ebenfalls an und sagen, es stinkt. Es kommt zum offiziellen Bruch. Die Kommunistische Partei Chinas bezeichnet die sowjetische Führung als revisionistische Verräter und fordert fortan selbst die Führungsrolle in der kommunistischen Welt. Beginnt sogar eigene Atombomben zu entwickeln. 1969 stehen beide Länder sogar kurz vor einem Krieg. Wegen Grenzstreitigkeiten um einige Flussinseln an der Küste zum japanischen Meer kommt es zu Gefechten zwischen chinesischen und sowjetischen Soldaten. Dutzende Menschen sterben. Die UdSSR zieht gar in Betracht chinesische Nuklearanlagen zu bombardieren und informiert vorsichtshalber die US-Amerikaner. Nur durch intensive Geheimverhandlungen gelingt es, eine Eskalation zwischen den beiden Atommächten abzuwenden. Die USA wittern in der zunehmenden Konkurrenz der beiden kommunistischen Großmächte eine geopolitische Chance. Schließlich befindet sich die Welt damals in einer Hochphase des sogenannten Kalten Krieges, als sich Westmächte unter Führung der USA und der kommunistische Ostblock unter Führung der Sowjetunion in einer dramatisch angespannten Situation gegenüberstehen. Und da ist ganz klar, jeder Verbündete ist umso wichtiger. 1972 reist Richard Nixon deshalb als erster US-Präsident in die Volksrepublik und normalisiert die diplomatischen Beziehungen, die seit der Machtübernahme der Kommunisten eingefroren waren. Nixons China-Reise hat enorme Auswirkungen auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Sie entfremde die beiden kommunistischen Staaten weiter und China öffnet sich einige Jahre später wirtschaftlich der kapitalistischen Welt. Und beginnt damit auch seinen Aufstieg zur Weltmacht. Zur Geschichte Chinas haben wir auch schon mal ein eigenes Video gemacht. Das findet ihr oben auf dem E-Verlink. Schaut da auch gerne mal rein. 1976 stirbt Mao Zedong. Seine Nachfolger setzen nach und nach wirtschaftliche Reformen um, die Chinas Position im internationalen Handel stärken. Bergbank der Welt wird das Land schon bald genannt. Denn unzählige Firmen lassen ihre Waren von den günstigen Arbeitskräften in China produzieren. Die Beziehungen zwischen Peking und Moskau bleiben aber kühl. 1979 marschiert China ins benachbarte Vietnam ein, das mit der Sowjetunion verbündet ist. Der Grund für den Krieg? Im Jahr zuvor hatte Vietnam das mörderische Regime der Roten Khmer in Kambodscha gestürzt. Das wiederum ein Verbündeter Chinas ist. Ihr seht, die Beziehungen sind unglaublich komplex. Und aufgrund der geografischen Entfernung kann die Sowjetunion Vietnam kaum wirkungsvolle Unterstützung zukommen lassen. Und die Führung in Moskau ist auch nicht bereit, einen direkten Krieg mit China zu riskieren. Ein Grund dafür ist, dass sie im selben Jahr beginnt, ganz woanders Krieg zu führen. 1979 rückt die Sowjetunion in Afghanistan ein, um dort das sozialistische Regime an der Macht zu halten. Es entbrennt ein brutaler Guerillakrieg, in dem afghanische Rebellen, die sogenannten Mujahedin, gegen die sowjetische Armee kämpfen. Um die UdSSR weiter zu schwächen, unterstützt China diese Rebellen mit Waffen und Training. Genauso wie die USA. Fast zehn Jahre lang bleibt die Rote Armee in Afghanistan. Der Krieg fordert viel Leid, unzählige Todesopfer und Flüchtlinge. Schließlich, weil auch innerhalb der eigenen Bevölkerung der Widerstand wächst, müssen die Sowjets erkennen, dass sie den Krieg nicht gewinnen können und ziehen aus Afghanistan ab. Damit ist eine der Hauptforderungen Chinas für eine Annäherung erfüllt. Und auch sonst normalisieren sich die Beziehungen der Staaten Ende der 1980er Jahre. 1991 löst sich die Sowjetunion schließlich auf. Viele der ehemaligen UdSSR-Mitgliedstaaten werden unabhängig, wie Belarus oder die Ukraine. Auch dazu haben wir schon mal ein Video gemacht und das findet ihr logischerweise oben auf dem i. Der Kalte Krieg ist vorbei. Die USA haben auf der internationalen Bühne praktisch kein Gegengewicht mehr. Die Grenzstreitigkeiten, ihr erinnert euch, die beide Länder noch 1969 an den Rand eines Krieges brachten, werden Anfang der 1990er Jahre im Prinzip beigelegt, die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen ausgebaut. 2001 unterzeichnen beide Staaten den russisch-chinesischen Freundschafts- und Kooperationsvertrag. Inzwischen ist Wladimir Putin Präsident der russischen Föderation, ein ehemaliger Agent des russischen Geheimdienstes. Und auch hier Hinweis oben aufs i klicken, da findet ihr ein Video zu Putins Leben. Der Vertrag zwischen Russland und China ist nicht nur symbolisch, denn darin geht es auch um den Austausch von militärischem Know-how. Russland sichert sich so einen zahlungskräftigen Kunden für seine Waffengeschäfte, während China seine zum Teil veralteten Streitkräfte modernisieren kann. Die Armeen beider Länder halten regelmäßig gemeinsame Manöver ab. Und Russland versorgt die Volksrepublik China über eine riesige Pipeline mit Erdöl. Allerdings, inwiefern der Freundschaftsvertrag auch ein konkretes militärisches Bündnis darstellt, das ist umstritten. Viele Experten sehen in ihm einen Versuch, ein geopolitisches Gegengewicht zu den Vereinigten Staaten zu etablieren. Manche sprechen auch von einer Allianz der Autokraten in Bezug auf die entsprechenden politischen Systeme, die es in den beiden Ländern gibt. Und tatsächlich, auf der internationalen Bühne präsentieren sich China und Russland gerne als Partner. Beide Staaten sind ständige Mitglieder im Weltsicherheitsrat der UNO und blockieren regelmäßig gemeinsam Anträge anderer Staaten, die ihren Interessen entgegenstehen. Zum Beispiel, als es um ein entschlosseneres Vorgehen gegen den syrischen Diktator Bashar al-Assad geht. Beide Länder haben ein sogenanntes Veto-Recht. Und wie verhält sich China nach dem Einmarsch Russlands auf der Krim 2014? Die engen Beziehungen zu China helfen der russischen Wirtschaft zweifellos, die Folgen der westlichen Sanktionen abzufedern. Gleichzeitig begibt sich Moskau damit zunehmend in Abhängigkeit von Peking. Das Kräfteverhältnis ist dabei ungleich, zumindest nach der Wirtschaftskraft. Das russische Bruttoinlandsprodukt beträgt gerade einmal ein Zehntel des chinesischen Bruttoinlandsprodukts. Auch diplomatisch sind Peking und Moskau nicht immer einer Meinung. Die Volksrepublik China hat zum Beispiel bis heute nicht anerkannt, dass die Krim der russischen Föderation angeschlossen wurde. Gleichzeitig erkennt Russland nicht die chinesischen Gebietsansprüche im südchinesischen Meer an. Hier geht es China um eine Vielzahl kleiner, strategisch wichtiger Inseln, die zum Teil 1000 Kilometer vom chinesischen Festland entfernt liegen. Und die gleichzeitig von anderen asiatischen Staaten auch beansprucht werden. Die Frage bei all dem ist, wie kann man das Verhältnis der beiden Länder insgesamt beurteilen? In der Geschichte haben sich die russisch-chinesischen Beziehungen oft als pragmatisches Zweckbündnis gezeigt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jetzt schauen viele darauf, wie China sich zu Russland verhält, nachdem es die Ukraine angegriffen hat und sich der Konflikt mit der NATO weiter zuspitzt. Würde China Russland beistehen, würde das seine Position gegenüber dem Westen wesentlich stärken. Aber auch das Gegenteil ist möglich. Bei einem Antrag im Weltsicherheitsrat Ende Februar, der die Invasion verurteilt hatte, enthielt sich China und stimmte nicht gemeinsam mit Russland dagegen. Neben der Verbindung zu Russland ist China eben auch auf die riesigen westlichen Absatzmärkte angewiesen, damit das Wirtschaftswunder im Land nicht ins Wanken gerät. Es ist also nicht nur in dieser Hinsicht eine komplizierte, eine komplexe Situation. Was geht euch da durch den Kopf? Seht ihr irgendeine Lösung des Konflikts, wenn ihr gerade an einem Verhandlungstisch sitzen müsstet? Das könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben und wir versuchen auch auf diesem Kanal immer wieder Hintergründe zu liefern, die zum Verständnis der komplexen Lage momentan beitragen. Nicht nur hier, sondern natürlich auch bei Instagram. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, dann abonniert uns gerne mehr unten in der Infobox. Zur aktuellen Situation in der Ukraine könnt ihr euch auch über diese beiden Videos hier informieren. Da geht es einmal um die Geschichte des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland und direkt darunter etwas Aktuelles von meinem Kanal MrWiss2Go. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.